Einer der beliebtesten Resorts in Ägypten ist zweifellos Sham El Sheikh. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns eines seiner Hotels zu erkunden. Das 5-Sterne-Hotel Nubian Island. Abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, dieses Video mit Ihren Freunden zu teilen. Jede Woche veröffentlichen wir neue Hotelbewertungen. Das Nubian Island liegt nur 5 Kilometer vom Flughafen und 20 Kilometer vom Stadtzentrum Nama Bay entfernt. Hinter dem Hotelgelände auf der anderen Straßenseite befindet sich eine belebte Straße mit Geschäften und einer Apotheke. Die Gäste können die Einrichtungen ihres Hotels sowie des benachbarten Nubian Village nutzen, jedoch nur die Bars und Restaurants. Das Gelände ist gemeinsam genutzt, aber durch lebende Hecken mit mehreren Durchgängen unterteilt. Das gesamte Hotelgelände ist sehr sanft und erstreckt sich zum Meer hin. Es gibt einige kleine Abhänge, aber alles wird durch Rampen ergänzt. Das Hotelgelände ist sehr grün, viele Blumen, Bäume, Bäche und Brücken. Es gibt viele schöne Orte für tolle Fotos. Auf dem Gelände des Hotels gibt es sogar einen kleinen Laden. Das Fitnessstudio befindet sich im zweiten Stock des SP-Zentrums. Die gesamte Ausrüstung im Fitnessstudio stammt von Technogym. In der Cardiozone bieten große Panoramafenster einen Blick auf den Pool und das Meer. Die Verpflegung im Hotel erfolgt nach dem All-Inclusive-System. Das Snackbar befindet sich am Strand. Die Beachbar liegt auf einer Anhöhe und bietet einen herrlichen Blick auf das Meer. Auf dem Hotelgelände gibt es zwei Außenpools. Den Relaxpool, der sich neben dem Hauptgebäude befindet und den Hauptpool, der sich am Strand befindet. Der Hauptpool ist beheizt und hat eine Tiefe von bis zu 150 Zentimetern. Neben dem Hauptpool gibt es auch einen beheizten Kinderpool. Es gibt einen Wasserpark, der sich jedoch auf dem Gelände des Nubian Village befindet. Im Winter wird es beheizt. Es gibt zwei weitere Pools mit Rutschen, einen mit einer Tiefe von 110 Zentimetern und großen Rutschen, sowie einen Kinderpool mit Rutschen und einer Tiefe von 40 Zentimetern. Während der Öffnungszeiten des Wasserparks können Gäste des Nubian Island die Bar am Wasserpark nutzen. Der eigene Sandstrand des Hotels verfügt über natürliche Lagunen mit sandigem Boden. Nach dem Mittagessen beginnt die Ebbe. Das Hotel verfügt über ein schönes Korallenriff, das nur 100 Meter vom Ufer entfernt liegt. Das Hotel liegt in Nabk, dem windigsten Ort in Scham. Da es jedoch in einer Bucht liegt, ist es auch im Winter recht komfortabel. Der Strand ist gemeinsam für beide Hotels. Für Kinder gibt es einen Mini-Club, der für Kinder beider Hotels Nubian Island und Nubian Village zugänglich ist. Es gibt einen Kinderpool am Relaxpool, einen beheizten Kinderpool und einen kleinen Spielplatz am Strand. Die Superior Garden View, Zimmer, befinden sich im Hauptgebäude und bieten Blick auf den Garten. Die Zimmer verfügen über einen Safe, einen Tee- und Kaffeeservice sowie eine Mini-Bar, die nur mit Wasser aufgefüllt wird. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele schöne Erlebnisse. Abonnieren Sie unseren Kanal und teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden. Wir veröffentlichen jede Woche neue Hotelbewertungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.